Okay, wo kommt der Hex? Oh, gehext! Stopp! Wen hat er gehext? Ein Potsch hat er gehext. Huch, wie geht das denn? Ohne hinzuschauen. Und Lotus auch! Sein Script ist doppelt getriggert. Lotus und Hex. Das ist nicht dein Ernst. Er ist so dreist. Und das ist so dumm. Wie kann man so durchs Leben gehen? Okay, und jetzt nochmal aus meiner Kamera.